Leidest du seit Jahren an Schmerzen, hast schon fast alles probiert und nichts hilft? Durch ein unscheinbares, natürliches Mittel können diese Schmerzen fast wie von selbst verschwinden. Klingt zu schön, um wahr zu sein? Genau das haben viele Menschen erlebt mit Borax. Borax ist ein natürliches Mineral, das einen riesigen gesundheitlichen Nutzen haben kann und zugleich eins der wohl umstrittensten Mittel der Gesundheitswelt ist. Warum? Was macht Borax so mächtig und warum will die Pharmaindustrie lieber, dass du nichts davon erfährst? Bevor ich die wissenschaftlichen Hintergründe beleuchte, möchte ich euch kurz Erlebnisse erzählen, die recht häufig geschehen. Menschen haben jahrelang Schmerzen in den Gelenken. Oft sind diese so stark, dass sie den Alltag massiv einschränken. Natürlich versuchen diese Menschen alles, aber meist hilft nichts dauerhaft. Manche dieser Menschen glauben der offiziellen Propaganda nicht und kommen mit Borax in Kontakt, um es für sich auszuprobieren. Viele dieser Menschen erfahren, dass Schmerzen weniger werden oder sogar vollständig verschwinden. Es ist tatsächlich kaum zu glauben, wie ein einfaches, natürliches Mittel so einen Unterschied machen kann. Was ist Borax eigentlich? Borax ist ein natürliches Mineral, das reich an Bor ist, einem Spurenelement, das unser Körper in kleinen Mengen braucht. Und Borax hat es in sich. Warum? Bor hilft bei der Regulierung wichtiger Mineralien wie Calcium und Magnesium. Diese sind entscheidend für Knochenstärke und Gelenkgesundheit und spielen eine Rolle bei der Entgiftung unseres Körpers. Die positiven Wirkungen von Borax Knochengesundheit stärken Borax hilft dem Körper, Calcium und Magnesium besser aufzunehmen und zu regulieren. Besonders für Menschen mit Osteoporose oder brüchigen Knochen kann das eine echte, natürliche Unterstützung sein. Gelenkschmerzen lindern Studien und Erfahrungsberichte zeigen, dass Borax bei Arthritis und Gelenkschmerzen hilft, da es entzündungshemmende Eigenschaften besitzt. Es ist kein Zufall, dass viele Menschen eine deutliche Verbesserung ihrer Beschwerden spüren. Hormonbalance fördern Für Frauen besonders interessant. Borax kann den Östrogen- und Progesteronspiegel positiv beeinflussen. In der Menopause oder bei hormonellen Ungleichgewichten kann es dazu beitragen, die Balance zu unterstützen. Entgiftung Borax hat die Fähigkeit, den Körper bei der Ausleitung von Schwermetallen zu unterstützen, was die allgemeine Vitalität steigern kann und für ein gesundes Immunsystem förderlich ist. Warum wird Borax in vielen Ländern verboten? Hier beginnt das eigentliche Mysterium. Warum wird ein so nützliches, kostengünstiges Heilmittel in mehreren Ländern eingeschränkt oder als giftig eingestuft? Ein wichtiger Grund, es bedroht die Umsätze der Pharmaindustrie. Denn warum sollte man teure Medikamente gegen Gelenkschmerzen, Osteoporose oder Hormonstörungen kaufen, wenn ein natürliches Mittel wie Borax Abhilfe schaffen könnte? Das ist eine Frage, die man sich stellen muss, wenn man sieht, wie oft Borax als gefährlich dargestellt wird. Die Wahrheit hinter der Borax-Lüge. Borax ist bei richtiger Anwendung und Dosierung sicher und hat das Potenzial, unser Wohlbefinden positiv zu beeinflussen. Aber anstatt die Menschen über die sichere Nutzung aufzuklären, wird oft eine Giftkampagne gefahren. Woran liegt das? Vielleicht daran, dass ein gesundes und mündiges Leben die Gewinne der großen Player in der Gesundheitsindustrie gefährden könnte? Was du tun kannst, informiere dich selbst. Bleib offen für Alternativen und hinterfrage, wenn dir jemand ein Heilmittel madig machen möchte, obwohl die Wissenschaft und Erfahrungsberichte oft eine andere Sprache sprechen. Denn Borax hat viele Leben verändert. Und vielleicht kann es auch deines verändern.